Irgendwie ist es mir warm. Ich glaube, ich brauche etwas Kaltes zu trinken. Ja, hier kannst du mir was Kühles mitbringen. Klar. Boah, danke. Was ihr hier seht, ist ein Klimaschrank von der Firma Binder. Von der Entwicklung über die Forschung bis hin zur Produktion finden alle Prozesse hier bei uns in Tuttlingen statt. Hi Leute, willkommen in der Welt von Binder. Mein Name ist Valentin und ich mache hier eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer. Die Arbeit hier macht mir unglaublich viel Spaß, da wir hier einfach ein super Team sind. Hi, mein Name ist Pierre. Wir nehmen euch jetzt mit durch die Firma und erzählen euch ein bisschen was über die Ausbildung. Ich zum Beispiel habe mich für die Ausbildung bei Binder entschieden, weil das Klima zwischen den Azubis und den Ausbildern einzigartig ist. Bei uns bekommst du die Chance, etwas für die Zukunft zu tun, um deine Ausbildung hier zu starten. Bei der Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer bekommt man einen Grundlehrgang in Nithall. Später wird man in den verschiedenen Abteilungen eingesetzt. Man bekommt Einblicke in die Produktion und Fertigungstechnik. Willst auch du zu unserem Team gehören und eine Ausbildung im coolen Klima genießen? Dann bewirb dich jetzt!